Hallo ihr Lieben! Hallo! Wir sind die Feli und der Fabi von Happy Hippocampus und vielleicht habt ihr es ja schon mitbekommen, dass der Fabi einen Weltrekord aufgestellt hat und ja, es ist immer so eine Running Gag bei uns. Ich kann schon bestätigen, der Fabi hat kein allzu gutes Gedächtnis und wenn er die Gedächtnistechnik nicht anwendet, dann darf man ihm manches schon öfter sagen, dass ich es mal merke. Gut, aber wenn er die Gedächtnistechnik anwendet, dann schafft er es sogar einen Weltrekord aufzustellen und ja, das bedeutet für dich, ja, alles ist möglich und ja, du kannst dein Gedächtnis nur pushen, wenn du sie auch verwendest. Was aber nicht heißen soll, dass wenn du eh schon gutes Gedächtnis hast, nicht auch trotzdem von den Techniken wirklich auch noch mal sehr gut profitieren kannst. Genau. Und heute wollte ich den Fabi mal so ein bisschen interviewen, wie das denn alles kam mit dem Gedächtnisweltrekord. Erzähl doch mal, Fabi. Ja, ich habe schon relativ lang, bestimmt schon seit zehn Jahren irgendwie Lerntechniken kennengelernt und ja, mich hat es irgendwie so begeistert, wie man am Anfang, ich mit einem schlechten Gedächtnis irgendwie mehr keine Handynummer auswendig merken konnte und fand es dann so faszinierend, als ich dann diese Techniken angewandt hatte, eben das mit den Gedächtnispalästen und den Bildern zu denken, dass ich mir dann plötzlich auf einmal 20 Ziffern in relativ kurzer Zeit einprägen konnte und das fand ich ja so faszinierend und gerade am Anfang habe ich gesehen, mein Gedächtnis ist doch gar nicht so schlecht oder mittelmäßig, wie ich eigentlich dachte, sondern ich hätte jede Wette mir eingegangen, wenn du gesagt hättest, 100 Euro, ich werde mir niemals 30 Ziffern irgendwie in fünf Minuten einprägen können. Das war so die Motivation und ich habe es dann immer ganz gern so, ja, den Wettkampf oder eins gegen eins, wer ist besser und so weiter und da bin ich dann eben auf den Gedächtnissport gestoßen und habe da die Techniken perfektioniert und auch dann recht intensiv trainiert und versucht für mich quasi die Techniken ja noch auszubauen, verbessern, was dann jetzt auch euch zugute kommt mit den ganzen Techniken, was wir jetzt umsetzen, da profitieren dann auch oder viele Erkenntnisse profitieren dann daraus, auch aus dieser Zeit und genau so kam es, dass ich überhaupt mal irgendwie nicht nur einfach das fürs Lernen angewandt habe, sondern eben für den Gedächtnissport und dann gibt es verschiedene Disziplinen und der Rekord ist jetzt gar nicht von diesen Disziplinen, sondern das war, ist so eine, ja, einfach ein Gedächtnisrekord, der jetzt nichts mit dem eigentlichen Gedächtnissport wie die Weltmeisterschaft und so zu tun hatte und ja, dabei ging es um die Zahl Pi, die kennt ihr ja vielleicht, 3,14 und so weiter. Ja, für den Rekord mit der Zahl Pi habe ich eben die ersten 100 Nachkommastellen auswendig gelernt, was jetzt nicht so das Problem darstellt, wenn man die Techniken wirklich anwendet und genau und da ging es dann eben darum, es gibt ein Programm, der Computer fragt mich dann zufällig diese Nachkommastellen ab, zum Beispiel 75, dann habe ich die Ziffer gesagt, die an 75. Stelle bei Pi eben kommt und so ging es eben alle 100 durch, also alle 100 Zahlen wurden nicht in der Reihenfolge, sondern zufällig abgefragt und ich musste alle richtig haben und das natürlich in einer möglichst schnellen Zeit, also das Zeitliche war dabei quasi der, ja, schwere Faktor sozusagen. Und wie hast du das dann eingetippt, also deine Antwort oder? Genau, zum einen musste ich es am Laptop einfach, an der Tastatur, im Ziffernblock einfach schnell eingeben, was natürlich mit dem Ziffernblock schneller geht, als wenn ich das irgendwie, ja, sagen müsste und genau. Ja, und hat es dann sofort funktioniert, so auf Anhieb oder wie schnell warst du denn dann? Achso, ja, wie schnell war ich es, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, genau auswendig, schadet immer mein Haupt, aber es waren so 34, 35 Sekunden, glaube ich. Als ihr seht, da habe ich die Technik nicht angewandt, okay, schon weiß ich es nicht so genau. Ja, genau, und wie war es genau bei dem Rekord, ist es quasi, sind die Regeln so, man hat eben drei Versuche und muss innerhalb von diesen drei Versuchen quasi, ja, die richtig alle 100 in zufälliger Reihenfolge wiedergeben haben. Man darf sich einmal bei einer Ziffer oder man darf sich quasi verbessern, wenn die erste Angabe falsch war, wenn man dann den zweiten Fehler bei der gleichen Ziffer eingibt, ist der erste Versuch beendet. Ja, das war damals in Würzburg nach der Süddeutschen Gedächtnismeisterschaft und ja, war danach schon, oder war allgemein sehr aufgeregt, weil dann eben auch noch ein paar Zuschauer mit dabei waren und ich habe wirklich am Ziffernblock, meine Hand hat nur so gezittert, dass ich da überhaupt die richtigen Ziffern getroffen hatte. War schon ein Wunder und der erste Versuch, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, ich glaube so zur Hälfte, war zeitlich, glaube ich, ganz okay oder in der Zeit gewesen. Da hatte ich dann eben so einen Doppelfehler gemacht und dann war eben der erste, schon weg der erste Versuch. Dann wurde ich schon ein bisschen nervöser. Beim zweiten Versuch war es dann ähnlich, ich glaube schon, du warst ja auch dabei, ich glaube schon dann am Ende raus. Auch irgendwie kurz davor, wieder der zweite Fehler. Geil, ich habe so mitgezittert auch, ich habe so Daumen gedrückt und es ging um den dritten und letzten Versuch dann. Ja, da hat mir dann echt die Hand gezittert, ich dachte, okay, jetzt ruhig bleiben. Und die Zahl, wo ich dann eben vergessen hatte oder falsch hatte, zweimal, habe ich überlegt, ich wusste es dann nicht mehr irgendwie in dem Sinn, mir ist es auch so aktiv gar nicht eingefallen. Und bin dann eben sehr nervös in den dritten Versuch, habe gedacht, okay, ich fange jetzt einfach an, weil es eben so schnell und automatisiert geht, habe ich dann gehofft, wenn die Zahl kommt, dass sie dann einfach automatisch wieder da ist. Und ja, habe den dritten Versuch gestartet, dachte schon, ja, mir hat so nebenher eigentlich fast wieder, oh shit, oh shit, hoffentlich geht es gut und die Hand hat gezittert und ruhig bleiben, okay, und schön weiter. Und ich hätte nicht sagen können, ob es dann gereicht hätte oder nicht, ob ich langsam, schnell war, habe dann irgendwie die ganze Zeit gehofft, hoffentlich kommt jetzt nicht die Zahl, wo ich gerade eben nicht wusste und dann vielleicht wieder zwei vier Versuche eingebe. Ja, war auf jeden Fall mega spannend und dann am Ende, ja, es war echt sehr spannend. Da kann man vielleicht sagen, und das kann man vielleicht auch für Prüfungen oder mündliche Prüfungen so als kleinen Tippe herzigen, ich habe daheim mich wirklich sehr oft hingesetzt und habe wirklich so versucht, mir das vorzustellen. Ich bin im dritten Versuch, jetzt kommt es darauf an und habe mich da selbst ein bisschen unter Druck gesetzt, um eben diese Situation mal zu simulieren. So ähnlich ist es zum Beispiel auch in der mündlichen Prüfung. Wenn ihr das einfach mal im Kopf schon euch vielleicht, wisst ihr schon, wer euch prüft, einfach mal die Situation vorstellt, erfragt euch das, spielt dann mal so die Szene durch. Das bringt für euch dann Ruhe, auch wenn ich dann damals sehr aufgeregt war, aber ich wäre dann vielleicht oder bestimmt noch aufgerechter gewesen. Und wo ihr dann wirklich, glaube ich, ja, viele Angst schon nehmen könnt, wenn ihr wisst, ah ja, ihr habt das so im Kopf schon mal durchgespielt, dann könnt ihr auch eben Horror-Szenarien durchspielen, wenn ich jetzt was nicht weiß und die zweite Frage auch nicht weiß, geht auch die Welt nicht unter und seid dann schon mal irgendwie, ja, noch mal gewappnet und fühlt euch vielleicht sicherer. Das ist so als kleiner Tipp noch nicht mehr. Genau, dann habt ihr es ja schon mal durchlebt, so die Situation, dann kann euch im Real Life dann nicht mehr viel passieren, sozusagen. Ja, Wahnsinn. Genau, und mir kann vielleicht, ihr fragt euch jetzt vielleicht, ja, wie hat das funktioniert, oder weil wir ja immer von Lerntechniken erzählen. Es war eigentlich auch genau dasselbe, auch wieder alles mit Bildern, sozusagen. Zum Beispiel, ich kann mal ein kleines Beispiel nennen, die 22 ist bei mir die Nonne und dann wäre ich irgendwie gefragt vom Computer, welche Ziffer steht jetzt bei Pi an der 22. Stelle, dann weiß ich, okay, 22 ist bei mir eine Nonne als Bild und überlege kurz, okay, die Nonne, was hat die jetzt gemacht, was ist da? Und die hat irgendwie so große Schuhe an und weiß gar nicht, wie sie laufen soll. Für mich ist halt der Schuh ein Symbol für die 6. Es ist noch ein bisschen ein anderes System, als wir vielleicht in einem anderen Video euch erklärt haben, aber im Prinzip genau das gleiche, zwei Bilder, die einfach verknüpft und darauf komme ich dann auf die Ziffer. Dann weiß ich, das war natürlich dann automatisiert, dass ich gar nicht mehr so schnell dann an die Geschichte denken muss, aber so habe ich quasi die 100 Ziffern gelernt, dass ich weiß, okay, das Bild gehört zum Schuh und dann weiß ich, okay, 22 ist die 6. Und genau, es sind quasi 100 kleine Geschichten, die sich jeder total einfach merken könnte und nicht mehr oder weniger war das eigentlich. Und ja, wie ihr Zahlen dann auswendig lernen könnt, auch im Studium, dazu machen wir auf jeden Fall nochmal extra Videos. Und zwar gibt es ein einfacheres System, wo man eben die Ziffern von 0 bis 9 jeweils in ein Bild umwandelt und dann eben noch das ein bisschen aufwendigere System, das Major-System. Genau, oder Master-System, was ihr auch schon gehört habt. Und das andere heißt, ja, Zahl-Symbol-System, gibt es auch verschiedene Namen, aber eben, dass man auch wieder was Abstraktes, eine Zahl in ein Symbolbild umwandelt und sich dann einfacher tut, das zu merken. Genau, und beim Master- oder Major-System ist es eben so, dass man für alle Ziffern oder Zahlen von 0 bis 99 jeweils ein Bild hat. Und dadurch kann man sich dann eben noch mehr Zahlen oder Ziffern mit nur einem Bild merken. Genau, das war jetzt eben, was ich verwendet hatte. Deswegen weicht es ein bisschen ab von dem einfachen System. Aber das Prinzip ist überall das Gleiche sozusagen. Dann schau einfach in die anderen Videos rein, sobald die veröffentlicht sind. Und dann kannst du rein theoretisch den Fabi noch unterbieten. Genau, ich fordere jeden heraus, der auch die letzten Zahlen sich merken möchte oder Tipps haben möchte, wie er das vielleicht auch schaffen könnte. Wir bieten ja auch Coachings an, wenn da einer genau erfahren will, wie geht es. Ich will auch Gedächtnissport vielleicht anwenden oder möchte es eben für dein Studium, möchtest du es anwenden und weißt nicht so genau weiter. Dann melde dich bei uns, dann helfen wir dir ganz individuell sehr gerne. Und vielleicht können wir auch mal einen neuen Rekordversuch irgendwie online starten, dass ich vielleicht meinen eigenen unterbiete. Aber mal gucken. Gebt uns einen Daumen hoch, wenn ihr das vielleicht mal live sehen wollt. Genau. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat oder allgemein unsere Videos und was wir so machen, was wir dir anbieten, dann like gerne dieses Video, abonniere unseren Kanal, sag gerne deinen Freunden Bescheid. Ja, weil es liegt uns wirklich am Herzen, die Gedächtnistechniken zu verbreiten, weil sie unser Leben so viel einfacher gemacht haben. Nicht nur im Medizinstudium, sondern auch einfach im Alltag. Und genau, das möchten wir gerne an euch weitergeben. Liegt uns wirklich am Herzen, dass ihr auch von den Techniken profitieren könnt. Und genau, in diesem Sinne. Dann noch ganz schöne Grüße aus Martinique und bis bald. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.